So, schönen guten Tag. Es ist wieder Anfang August, das bedeutet Zeit fürs Wacken auf dem Meer. Dieses Jahr ist das 27. und wir berichten wieder live. So, ich stehe hier gerade vor der Redaktion der Festival Today. Alle mal winken, Leute. So, die bauen sich alle gerade auf. Wir befinden uns hier tatsächlich vor diesem krassen Medienzentrum. Also, wir haben hier die Festival Today, wir sind auf Snapchat unterwegs, wir haben Facebook, wir haben einen Live-Blog und ein Radio haben wir hier nebenan. So, da gehen wir mal kurz hin. Die Liefer sind ja auch so eine Art Medium. Hier haben wir nämlich das Post Office. Und hier haben wir das Wackenradio, die nehmen wahrscheinlich gerade mal was auf. Auf und überwinken. Da sitzt Maschinen hier. So. Also, wie gesagt, wir sind ja auf Snapchat unterwegs, da mache ich mal parallel was. Aber, so, wir als Medienzentrum, es gibt natürlich auch noch sowas, das heißt Zeitung. Das sieht so aus. Das erscheint hier jeden Tag und das kann man hier direkt kaufen für 1 Euro. 50% davon gehen an die Wacken Foundation. Genau. So, und ich mache jetzt nochmal einen Snap von meiner wunderhübschen Kamerafrau und dann kann das auch losgehen. Ja, das finde ich ganz schön. Genau. Jetzt geht's mal an der neuen Charloy-Johan. Viel Spaß. Ja. 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 Ja.